Das ist unsere Klinik Schweriner See in Lübstorf. Unsere Patienten, egal ob sie an Depressionen oder einer Sucht leiden, haben sich auf den Weg gemacht. Sie wollen etwas ändern, ihre Krankheit besiegen und zufriedener leben. Dabei wollen wir helfen. Patienten mit eingeschränkter Körperwahrnehmung oder mangelnder Fitness helfen wir, wieder Freude an Bewegung und am Umgang mit dem eigenen Körper zu bekommen. In den Therapien können die Patienten sich ausprobieren und vielleicht auch neue Hobbys entdecken. Gerade Suchtpatienten sollten für die spätere Zeit der Abstinenz neue Freizeitaktivitäten ausprobieren. Das soll helfen, nicht mehr in alte Verhaltensmuster zu fallen. Während der Behandlung ist es gut, wenn die Patienten die Umgebung gemeinsam erkunden und erleben. Schwerin, Wismar oder Lübeck sind in der Nähe. Aber auch eine gemeinsame Rad- oder Bootstour um den oder auf dem schönen Schweriner See machen richtig Spaß. Wir Ärzte der Klinik kümmern uns um ihre Gesundheit. Gemeinsam mit Psychologen stehen wir ihnen auch für Einzel- und Gruppenpsychotherapien während des Aufenthaltes zur Seite. Wir haben Platz für 204 Menschen, die wir auf dem Weg zu einem neuen und besseren Leben begleiten. Wir machen Menschen zu Experten ihrer Seele und Gesundheit. Wir machen Menschen zu Segmenten. общем-Geneer Park?